Hallo liebe Leute, ich habe mir die Frage gestellt, was wäre, wenn der Montag eine Figur wäre? Wie würde diese Figur aussehen? Würde diese Figur schön und froh sein oder widerwärtig und zugleich abartig? Nein, auf den ersten Blick sieht der Montag aus wie eine harmlose Mülltonne. Erster, zweiter Blick lässt tiefere Rückschlüsse zu. Bäh! Natürlich möchte der liebe Praktikant noch seinen Senf dazugehen. Es ist nicht so, dass wir den Montag hassen würden. Es ist vielmehr der Trennungsschmerz unserer wunderbaren Beziehung mit dem Wochenende. Wahrlich weise Worte. Gibt es bei euch einen Wochentag, den ihr nicht mögt? Oder seht ihr es mit dem Montag ähnlich? Schreibt es doch. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!